Ich brauch ne Steinspitze Ich mach schon runter, ich fang schon an Ich hab noch keine Spitzhack, deswegen Ich hab Pole Ah nice Pass auf, sorry Jaja, nichts passiert Warte, du warst weg Die Festplatte zeigt an, wenn die fast voll ist, ne? Ja, zeigt an Du warst weg Ich hab noch genug Speicher, hoffe ich Ich hoffe es, also Jaja Ja, bei uns könnte vielleicht mehr knapp wegen Terraria 377 Gigabyte Bei mir sieht meine Holzschaufel aus wie ein Wie eine Eisen Warte mal Ja, ich hab ne Schaufel Ich hab Fackeln 8 Stück Ah nice, gib mal ein paar Ja, oder so So Ich kann mir gleich noch welche abbauen Ja Hat schon jemand Stein? Ja, Stein hat noch niemand, glaub ich Schade Ne, noch nicht, ich hol mich Okay Ist mit dem Holz, glaub ich knapp hier Wer ist dafür, dass wir hier unser Haus einmal komplett ab aushöhlen? Also den Sand weg? Ja, ich würd's sagen, aber Ja Wir müssen aufpassen, dass Ähm, ähm, Minenschach Ähm, Minenschächten Beziehungsweise in unserem Tripmeinen Gebieten Keine Monsters bauen, die bei Pete's Meet Also Es war ja Nur ein bisschen Geh mal drauf Am besten Diese Geräusche, wenn man was, wenn man durchs Inventar stricht Ja, hol mal ein Schwert raus Hab ich Aber ein Eisenschwer, na gut, wie ein Holzschwert nicht Achso Das hört sich voll geil an Ah, nicht durch Ich will Monster Doch, beim Steinschwert ein bisschen Ich will doch Warte, gib mal ein Stein Ja, gib mal ein Stein, ich brauch nicht Spitzhöcke Ich hab gar keine Alter Du nimmig, Leid ist voll geil, ey Man muss nix für Fackel plänen Wow Das Warum hast du schon Eisenschuhe? Ja, hat er gefunden Ey, der eine hat von denen ein Leben weg Wenn ihr auf Top drückt Loll, da ist Der andere auch Der andere auch Der andere auch Zwei geil Ups Ups Oh, der eine ist schon zwei Boah Zweieinhalb Drei Einer hat dreien Der andere zweieinhalb Alter Heute was geht Dreieinhalb Vier Der schlechte Ähm, Holz Vier, Alter Vesper Boni Das ist der Tonio oder so Ach, nur das geht ja, stimmt ja Alter, sechs leh Oh fuck Hä? Alter Gib, kannst du mal ein Spitzhöcke machen Ich bin dabei So Für mich auch Hab mich schon, gar keine Unseren ersten Apfel haben wir schon drin Okay Die Teams wurden nochmal random durcheinander gemischt, weil der eine von euch ja nicht gekommen ist Ja Und Jetzt muss ich zu denen und Klar Der Toni ist jetzt bei den anderen Ich wusste, voll nett Ich wusste Ups Brauchst du die? Ich hab eine Ist okay Ich geh runter Ja, ich komm mit Warte, dann machen wir verschiedene Gänge Ich geh da und vier durch Okay, ich geh da rechts Ey, passt auf auf Lava, gell Ja Hat ihr aber noch Fackeln? Ja, ich hab noch drei Ich hab noch ein Kohle Okay Voll rich Nigger Äh... Scheiße Tobi Gleich mal Ja, Michi Nö Ja, du hast ja letztens überpiept Ja, letztens Vor... Einen Monat vielleicht Äh, Kiste, die hast du rein LOL Ich hab ne Höhle mit ganz viel Kohle Geh da nicht rein Geh da nicht rein Äh, bau die Höhle an den Seiten zu Wenn du Steine hast Bau die zu, bau die zu Also, kein Bock auf Und nicht so viel rennen, ne? Ja Ja, ich hab noch drei Brot Also jetzt Brot oder Hähnchenkollen Was? Okay Äh, ich geh hier Michi Ich geh bei dir hier runter, Michi Ey, mach lieber eins Hast du Kohle? Oder Fackeln? Oder Zeugs? Tobi Haben wir eigentlich ne Taktik? Also... Warte Glaub ich bei dir jetzt auch alles Michi? Scheiße, Wasser Nee Ja, habt ihr den Fucker gegeben? Dankeschön Auch nur noch drei Hier ist erstmal schön Wasser, ey So Ich hör irgendwie Skelette Ja, ich hab auch Skelette bei mir hier So Haben wir eigentlich ne Taktik? Äh Michi und ich sind die Taktik-Spezialisten LOL Rechte Kill Alter, der hat einer 6 Herz Ja, ich weiß, hab ich doch gesagt Ja, ich weiß schon Ich hör Lava Er wird wahrscheinlich oben vom Haus sein LOL Hast du auch den Donner? Jö WTF Das ist von, äh, Underground Sounds So Haben wir jetzt ne Taktik irgendwie Taktik ist... Die Taktik sind die Taktik Erstmal halt ausrüsten und dann gucken Ja, äh... LOL! WTF! Was ist los? Lava! Alter! Geh weg, ey! Ich geh da nicht weiter Ja, ähm... Hier unten ist auch schlecht, such dir einen anderen Gang Ich hab irgendwie Angst wegen meiner Festplatte zu sein Echt? Warum? Also ich nicht Weil ich hab da nicht mehr viel Platz glaube ich Ich schon Ich muss doch mal gucken, vielleicht steck ich mal noch um Wie geht's? Innerhalb Das Ding ist Ich geh hier runter Festplatten speichert, ich kann mal eben gucken Ich hab noch... Ah, 530 GB, ich hab das erreicht Bei mir nicht, ich hab noch 300 GB, irgendwas Bei mir rechts auch Oh, oh, ich hab 2 Ich hab da noch 82 GB Das wird knapp werden, ja Das wird knapp werden, ja Für die... Ich glaub für heutiger... Ich hab auch Eis Hat keiner Kohle? Ne Ich hab auch keine Fangen In der Höhle war eins, aber da wollte ich nicht rein So, ich hab Eisen Ja, ich hab auch so viel Ja, ich hab auch so viel Wir brauchen Kohle Hab keiner mehr Holz Wir haben keine Holz, Kohle oder irgendwas Als wir dürfen bei denen nicht grüfen und nicht töten, oder was? Ne, gehen Irgendwie Gar nix Ey, Ding, 2 haben nur noch 6,5 Erzen von denen What the fuck? Einer hat 6,5 und... Der andere hat nur noch Und einer 9 Wir haben noch alle 10 Ja, das ist auch nice Hier ist Kohle, verdammt viel nur Ich will nicht in die Höhle nicht rein Ja eben, die hab ich auch gesehen Ey, ich hab noch mehr Eisen Wie viel Eisen habt ihr schon? Nichts Ich hab glaub ich 5 oder so Ich hab 16 Ich hab 16 Lol Ey lol Sag jetzt bitte nicht Was denn? Was ist los? Tobi Tobi Hallo Ja, kein Holz mehr Oder was ist das? Kann ich euch jetzt schon mal sagen Ja, nicht Sil... Leu, Silber Ah ne, das nur... Das nur von Gronkh Voll verwirrt Oh, hier ist Kohle Das hat... Haben die da reingeschrieben Ja Ich dachte ja grad wegen Taget und so Oh man Voll nice, dass wir noch volles Leben haben, ne? Ich hab jetzt... Ah, 6 Eisen Ich hab 16 Nice Es ist hell Ist jemand ganz oben von euch? Ja, ich Oh gut Es ist hell, ich wie Holzsacken Okay Pass auf Ne, die dürfen uns eh nicht grüfen, alles klar Hat der doch ein Schwert für mich, ne? Ähm, ne Ja, ich doch, oben muss, aber oben der Kissekugel vollschwert drinnen Okay Hat jemand von euch Kohle oder die Fackeln, sonst... Ja, ich bin halt die Kohle im Abbau und ich komm gleich hoch Ja, okay, ich komm mal Ich baue grad das Kohlefeld ab, was du gesehen hattest Okay Alter, ich höre spinnen, sind die freundlich eigentlich? Ja, am Tag Äh, am Tag, ja Normalerweise ist es schon Okay Ich werde nicht schnell aufs Feld Ah, da unten ist Tobi Ich bin über dir Oh, jetzt... Ich bin schnell ans Land laufen, Alter Ah, jetzt sind noch mehr cool, ey Oh, ja, ich hab voll... Ich hab voll Schiss, dass sie irgendwie grad... Scheiße Was? Creeper, Creeper LOL Lauf Lauf Ich hab den nicht gesehen, ich bin grad dem... Gib mir mal ein bisschen Kohle Ja, warte, ich muss da oben Ja Geh, raus Ja, gut Ich bin schon weg Och, ich bin nicht weg, ey Ich hab den gar nicht gesehen Was ist? Komm, Tobi Da ist der Aufgang Ey, ich höre Skelette Ich... ich höre auch Skelette und Spinnen Ach, in unserem Haus ist nichts Also schön hell, ey Da draußen ist ein Spinnen Heißt, auch immer hat irgendwas hinter mir gezischt und dann BAM Hatt ich voll Angst, oder? Äh, wo ist das Eisen? Ich weiß Okay, da Ja Ah, ich hab auch noch mehr Eisen Irgendwie find ich kein Holz, Leute Ja Ach, nimm mich hier, krieg's Ich find grad kein Holz Also Ich hab... ja, ich kann gleich Holz holen Ich hab nur Sitzlinge Ja, ich kann gleich Holz holen, ich hab nur Sitzlinge 28 Eisen, nice one Schafft man doch schon drei Haben die Erde? Brink mal Erde Brink mal Erde mit, wenn du wirst Ich bin doch Ja, ich weiß Tobi Sitzlinge Schafft man mit 28 Eisen und drei drei Panzersturz... Dingens Boah, ja Erstmal machen wir uns erstmal mit